Hallo Leute, wieder mal im Krankenhaus. Und ja, es ist langweilig. Diesmal bin ich wegen Magenproblemen hier wieder. Also ich kann nicht essen. Ich habe mir was geholt, damit mir nicht hier langweilig wird. Und werde basteln. Und ja, viel will ich nicht sagen. Und ihr seid dabei und ja. Yo Leute, Tag zwei wieder im Krankenhaus und ja. Es ist immer noch langweilig hier. Und ja, wie ihr wisst, baue ich ein Möse. Mit ihr bin ich schon sehr weit gekommen. Was wir diesmal bauen, äh, ist ein Möse des Bairns. SLS-Armee-G. Finde ich hochwollend, ich weiß. Und ja. Level 4. Also sehr schwer, wirklich. Und dann zeige ich mir mal, wie weit ich gekommen bin. Also, ich habe Motor in Geburt. Die Reifen sind auch dran. Sieht man da, den Logo. Ja. Und dann habe ich noch den Heck, Schlusswärtssicht. Wasser des Bairns. Und dann, ja. Kommt das noch drauf. Mein Arbeitsplatz hier. Voll geil, war's? Vielleicht komme ich schon morgen nach Hause. Bin nicht sicher, vielleicht. Und ja, ich habe auch immer Schmerzen, wenn ich esse. Jo Leute, heute sind wir auch hier. Leider sind wir nicht rausgekommen. Aber vielleicht morgen kommen wir raus. Haben die Ärzte gesagt. Und ja, mir ist ich immer noch hier langweilig. Ja, derzeit bin ich schon mal, ähm, sehr weit mit dem Mercedes. Also, ich habe schon mal den oben Teil fertig. Wasser des Bairns. Also, ich finde das voll geil. Ich bin hier auf jeden Fall gespannt, wie es aussehen wird, wenn es fertig ist. Und ja, sonst kann ich nicht mal oder nicht essen, in der Zeit. In dem Magen, so. Ich esse ja nur noch solche Dinge, äh, Fruchtzwerge und so. Immer wie flüssig. Und ja, Breitag wird's nicht sein. Noch nicht. Es ist schwer. Ich hätte Lust auf Döner, Kebab, Pizza und so. Aber ja, geht nicht. Ja, ausatmen muss man. Aber es schmeckt, ja. So geben wir mal. Es schmeckt ganz gut. No, God! Ja, sonst, wie immer weiter. Morgen vielleicht zu Hause. Glaube ich schon. Aber ich hoffe. Jo, heute, eine gute Nachricht. Heute komme ich raus. Habe ich gehört. Und so, ja, ich komme nach Hause. Und noch eine Nachricht. Ich bin fertig mit meinem Auto. Mit dem Mercedes. Und ja, ich zeig's euch mal. Jo, Leute, das war's. und ja, ich hab's geschafft. Mit dem Auto. Aber war schon schwer. Man hat sich, man hat die Dinge. Aber ja, ich finde, das ist voll geil. Aber man kann noch, glaube ich, dann Tür öffnen. Ich mach's auf jeden Fall nicht auf, sonst geht's noch kaputt. Und ja, ein neues Auto kommt dann in meine Kollektion zu Hause. Natürlich habe ich mehrere davon. Was habe ich noch? Ich habe vieles. Ja, das war's dann im Großhof. Ich komme nach Hause. Und ja, wir fahren heute mit dem AMG. Das ist das Bild. Und ja, wir sehen uns wieder im nächsten Video dann. Danke, dass ihr mich begleitet habt, unterstützt habt. Und ja, freue ich's warm hier. Trotzdem, Klima gibt's aber trotzdem. Egal. Ciao. Ciao.